Musik Dies ist ein Beispiel für ein B-Floß. Also wenn du ein B-Floß bekommst, legst du es ins Wasser. Und das ist es. Du bist fertig. Sie legen es ins Wasser und dann, ich weiß nicht, ich meine, es dauert etwa 5 bis 10 Tage. Und dann fängt es an, Bienen anzuziehen. Wenn Bienen in der Nähe sind, werden sie angezogen und fangen an, es zu nutzen. Sobald sie wissen, was es tut, benutzen sie es täglich.